Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ihr merkt, die Stimme ist etwas angegriffen, aber ich hoffe, sie hält. Ich freue mich darüber, dass wir hier in Münster heute zusammengekommen sind, um einen ordentlichen Landesparteitag durchzuführen. Aber so wie man die Sozialdemokratie kennt, kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Und deshalb darf ich mich heute noch mehr freuen. Ich freue mich darüber, dass Sigmar Gabriel Peer Steinbrück vorgeschlagen hat als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Lieber Peer, schön, dass du heute bei uns bist. Aber liebe Freundinnen und Freunde, jetzt haben wir Klarheit. Das heißt aber auch klipp und klar, jetzt sind wir wieder im Wahlkampfmodus. Und Nordrhein-Westfalen kann das. Wir sind kampferprobt und kampfbereit. Und nicht nur wir. Unser Wahlsieg Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen hat der gesamten Partei einen Schub verliehen. Und den werden wir nutzen, um endlich diese bluts- und inhaltsleere Koalition in Berlin abzulösen. Das ist unser Ziel. Und daran wollen wir arbeiten. Und eins ist klar, Deutschland muss besser und gerechter regiert werden. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir eine klare und innerliche Alternative bieten. Unsere Beschlüsse vom Bundesparteitag im November weisen in die richtige Richtung. Wir stehen eben nicht für eine Mogelpackung, sondern für einen echten Mindestlohn, für eine Reißleine nach unten gegen Lohndumping. Wir stehen gegen Auswüchse bei der Leih- und Zeitarbeit und auch gegen das zunehmende Unwesen bei den Werkverträgen. Und wir sind für eine wirkliche Quote, die diesen Namen auch verdient. Wichtige Beschlüsse, klare Abgrenzung zu den anderen. Für uns sind das Fragen von Gerechtigkeit. Und Sie haben auch, wir haben es gerade gehört, mit Fragen der Würde des Menschen zu tun. Und das Gleiche gilt auch bei der Rente. In wesentlichen Punkten haben wir hier schon auf der Bundesebene große Einigkeit erzielt. Und ich muss sagen, ich finde die Beschlüsse sehr gut. Die Erwerbsminderungsrente, die wir auf den Blick bringen wollen. Die Teilrente, die Solidarrente. Und es ist richtig, dass wir besondere Regeln haben für diejenigen, die 45 Versicherungsjahre voll haben. Auch dazu steht die Sozialdemokratie in Deutschland. Einige Punkte sind noch offen. Und wir sind uns einig darüber, dass diese Punkte auch offen diskutiert werden. So wie wir es hier in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren immer wieder auch vorgemacht haben. Diese Punkte werden bei uns hier in Nordrhein-Westfalen auf einem Sonderparteirat im Oktober diskutiert werden. Wir werden in aller Ruhe und mit einer sachlichen Diskussion, so wie das im Moment übrigens auch auf der Bundesebene läuft, in aller Ruhe eine Position finden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann auch im November beim Parteikonvent einen guten Beschluss, einen guten Kompromiss hinkriegen werden. Lasst uns daran arbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Deutschland muss besser und gerechter regiert werden. Heißt auch, es muss ein klares und eindeutiges Finanzkonzept geben. Auch dazu haben wir die Beschlüsse im November gefasst. Wir sind eben gegen Beitragssenkung mit Blick auf die Zukunft. Wir sind klar der Meinung, dass die starken Schultern in diesem Land mehr tragen müssen, weil wir einen handlungsfähigen Staat auf allen Ebenen, Bund, Land und Kommunen brauchen. Deshalb sind wir für die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, für die Vermögenssteuer und für die Finanzmarkttransaktionssteuer klare Alternativen zu unserem politischen Mitbewerber. Und gut ist auch, dass wir in diesem Finanzkonzept klare Prioritäten auf der Ausgabenseite definiert haben. Erste Priorität, wie hier im Land, Kinder und Bildung. Wir stehen klar an der Seite der Familien. Wir wissen, dass eine echte Wahlfreiheit für Familien erst dann gegeben ist, wenn alle, die einen Platz haben wollen, auch einen bekommen. Und deshalb stimmen wir gegen die Fernhalteprämie, die Betreuungsgeld genannt wird. Auch das klare Abgrenzung der Sozialdemokratie in Deutschland. Und die zweite Priorität, auch die ist glasklar benannt im Finanzkonzept. Das sind die Kommunalfinanzen. Und lieber Peer, wir wissen, dass du als zukünftiger Kanzler der Bundesrepublik Deutschland die Kommunen nicht im Stich lässt, weil du immer nah genug dran warst, um zu wissen, wie wichtig die Kommunen sind. Wenn wir es angehen wollen, die Fliehkräfte in der Gesellschaft, von denen du mal sprichst, die wirkt sich einzuhegen. Deshalb, es geht um Chancengerechtigkeit, auch in dieser Frage. Es geht darum, Prävention und Vorbeugung auf kommunaler Ebene umzusetzen. Deshalb bauen wir auf dich. Kommunalfinanzen bleibt ein zentraler Schwerpunkt, auch auf der bundespolitischen Ebene. Und klare Abgrenzung auch in Bezug auf die Finanz- und Eurokrise. Wir sind uns einig in der Sozialdemokratie. Wir wissen, dass die Finanzmärkte klare Regeln brauchen. Und deshalb auch heute an Dank an ich, du sprichst ja gleich noch, für dein Konzept, für diese Regulierung. Wir wissen nämlich ganz genau mit den Maßnahmen, die wir mit unterstützt haben in Berlin. Und das bleibt richtig. Mit diesen Maßnahmen haben wir uns im Grunde nur Zeit gekauft. Und diese Regierung, CDU, CSU und FDP, ist ganz offenbar nicht willig, diese Zeit zu nutzen. Wir müssen sie nutzen, um endlich diese Finanzmärkte zu regulieren, damit wir nicht immer wieder in diese Katastrophen hineinlaufen, liebe Genossinnen und Genossen. Und da liegt der Unterschied. Es ist wie in vielen Fällen. Du hast ein Papier dazu geschrieben, wir machen deutlich, wir werden handeln. Während Frau Merkel wie immer alles nur aussitzen will, die kommt einfach nicht zur Potte. Und deshalb ist Ihre Zeit auch abgelaufen, liebe Freundinnen und Freunde. Und apropos Finanzen. Wir erinnern uns noch alle, Pea, du wolltest die Kavalerie mal ausreiten lassen. Auch in dieser Tradition müssen wir auch an dieser Stelle ein Wort sagen zu diesem Steuerabkommen mit der Schweiz, was da vorbereitet worden ist. Liebe Freunde und Freude, liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine fundamentale Frage von Gerechtigkeit. Norbert Walter-Beuerns hat das immer wieder deutlich gemacht. Wir hätten gern ein Abkommen. Aber dieses Abkommen können wir nicht mittragen, weil es nicht sein kann, dass diejenigen, die ihr Geld hier weggeschafft haben und das sind nicht nur Gelder, wo Steuern hinterzogen werden, sondern es sind auch Gelder aus Verbrechen, dass die dann da sitzen, weniger an Strafe bezahlen, als sie sonst zahlen müssten und dass sie immer noch anonym bleiben und dass sie eine weiße Weste bekommen. Das ist mit Sozialdemokratie in Deutschland nicht zu machen. Und dabei bleibt es auch. Applaus Ja, wir sind auch da eine klare Alternative, weil wir für Gerechtigkeit stehen, auch für Steuergerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in diesen Tagen sehr oft Thema. Der Sozialbericht Nordrhein-Westfalen und der Armutsbericht der Bundesregierung sind vorgelegt worden. Und für niemanden war es überraschend. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Der Anteil der oberen 10 Prozent am Nettovermögen ist weiter gestiegen, von 45 Prozent 1998 auf 53 in 2008. Oben wird immer mehr verdient, unten immer weniger. Und gleichzeitig ist das Nettovermögen des Staates in den beiden letzten Jahrzehnten um 800 Milliarden Euro zurückgegangen, während die privaten Haushalte, und es sind nur wenige, wie wir wissen, ihr Vermögen von 4,6 auf 10 Billionen fast verdoppelt haben. Nein, wir sind hier glasklar positioniert. Wir sind nicht mehr bereit, solche Berichte nur entgegenzunehmen, sondern wir haben uns vorgenommen, hier in Nordrhein-Westfalen wieder mal vorweg zu gehen und ein Handlungskonzept zu entwickeln, damit diese Entwicklung endlich gestoppt wird. Auch das ist glasklare Politik der Sozialdemokratie, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, Menschen, die in Sorge um ihre Existenz leben, brauchen schlichtweg mehr Geld in der Tasche. Deshalb brauchen wir auch endlich einen gerechten Lohn für gute Arbeit. Gesetzlicher Mindestlohn ist überfällig. Denn eins ist völlig klar, Altersarmut, lasst uns das nie vergessen, ist immer eine Folge von Erwerbsarmut. Und deshalb gilt unsere allererste Schlacht, der Erwerbsarmut entgegenzutreten, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist die richtige Zielrichtung. Aber interessant war ja auch die Diskussion um den Armutsbericht. Der hat nicht nur die Kluft zwischen Arm und Reich deutlich gemacht, sondern er hat auch die Kluft gezeigt innerhalb der Bundesregierung. Dass sowohl der Vizekanzler FDP als auch der CDU-Finanzminister Schäuble dem Armutsbericht die Zustimmung verweigern, zeigt mir eins. Im Bund, in der Bundesregierung herrscht Realitätsverlust. In dieser Koalition hilft keine Paartherapie mehr. Das Verrückungstatbestand ist längst gegeben, wenn das nicht der letzte Beweis dafür war, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, wir wollen handeln. Und wir haben damit begonnen 2010 schon als Minderheitsregierung. Wir haben unsere Überschrift eindeutig gewählt. Wir stehen für Vorbeugung, für Prävention. Auch das ist ein wesentlicher Schritt gegen Armut und vor allen Dingen gegen künftige Armut. Darf man gerne klatschen. Kaum irgendwo ist der Zusammenhang zwischen Herkunft und Zukunft so eng wie in Deutschland. Von 100 Akademikerkindern studieren 71. Von 100 Kindern aus Familien ohne akademische Tradition schaffen nur 24 den Sprung an die Hochschule. Ja, um das zu ändern, brauchen wir eins. Bildung, Bildung, Bildung. Und deshalb stehen wir hier in Nordrhein-Westfalen zu dem, was wir beschlossen haben. Wir wissen, in unseren Schulen kommen immer weniger Kinder an. Aber wir sind uns einig in der Koalition Rot und Grün. Die Stellen, die dadurch frei werden könnten, und das sind bis 2015 schon 8.000, diese Stellen bleiben im Schulsystem, damit wir endlich eine qualitative Verbesserung, mehr individuelle Förderung schaffen und damit wir Inklusion verantwortungsvoll umsetzen können. Das ist und bleibt Politik dieser Landesregierung und Politik der Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Und bei der Vorbeugung kommen wir voran. Gemeinsam mit den Kommunen. Auch deshalb haben wir den Stärkungspakt auf den Weg gebracht. Und er läuft gut an. Weil wir wissen, wie wichtig die Kommunen in diesem Zusammenhang sind. Unser Modellvorhaben, kein Kind zurücklassen, folgt drei wesentlichen Grundsätzen. Wir müssen frühzeitig handeln, wir müssen gezielt fördern und wir müssen ganzheitlich unterstützen. Und dieses Modellvorhaben wird von 18 beteiligten Kommunen und Kreisen in Angriff genommen. Sie bauen die Präventionsketten auf, die wir brauchen. Und deshalb sind wir irgendwann in nächster Zukunft in der Lage, messbare Ziele zu formulieren, die sie in den kommenden Jahren dann umsetzen werden. Diese Politik greift ineinander. Vorbeugung beginnt ganz früh mit frühen Hilfen für die Eltern. Geht weiter über die Kinderbetreuung bis zur Schule. Aber da endet sie nicht. Denn ein wesentlicher Punkt ist der Übergang zwischen Schule und Beruf, Schule und Hochschule. Und am Übergang Schule und Beruf, da kommen wir voran im Ausbildungskonsens Nordrhein-Westfalen. Kein Abschluss ohne Anschluss ist der richtige Weg für eine Ausbildungsgarantie in diesem Land, in dieser Legislaturperiode. Ja, wenn wir über Vorbeugung reden, über Bildung, Betreuung, frühe Hilfen, dann geht es um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und Zukunftsfähigkeit gilt es auch finanziell herzustellen. Deshalb sind wir uns einig, die Null-Neuverschuldungsgrenze 2020 wollen und werden wir erreichen. Das wird nicht einfach werden. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Legislaturperiode eine Milliarde aufwachsend strukturell einzusparen. Das wird an vielen Stellen auch wehtun. Einsparung, ohne dass es jemand merkt, kann es nicht geben. Aber das Ziel ist richtig und ist wichtig. Aber wir bleiben auch dabei, dass der Dreiklang gegeben sein muss. Einsparen, an den richtigen Stellen investieren, in Kinder und in Bildung und in Vorbeugung und die Einnahmen erhöhen. Das bleibt politische Linie der Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Um Zukunftsfähigkeit geht es noch bei einem Thema, was uns alle intensiv beschäftigt. Bei der Energiewende. Was wir jetzt brauchen, sind keine Worte, sondern konzentriertes gemeinsames Arbeiten. Um endlich voranzukommen, werden wir in Nordrhein-Westfalen eine interministrielle Arbeitsgruppe einrichten, um den Anforderungen der Energiewende, dem Klimaschutz und der Raumplanung, um die Dinge zu koordinieren und die Belange beim Netzausbau, was unser Land betrifft, entsprechend zu vertreten. Wir wissen, die Energiewende ist und bleibt richtig. Und wir sehen mit Sorge, dass manche schon wieder bei der Umkehr, beim Ausstieg vom Ausstieg sind. Wir stehen als Sozialdemokratie zur Energiewende und zum Ausstieg aus der Atomenergie. Und wir stehen auch dazu, weil wir wissen, dass darin für Nordrhein-Westfalen, für das Industrieland Nordrhein-Westfalen gigantische Chancen liegen. Im letzten Jahr konnten wir in Nordrhein-Westfalen 14.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Industrie schaffen. Viele davon in dem Bereich, der eng verknüpft ist mit der Energiewende. Nicht ohne Grund. Jedes zweite Getriebe einer Windkraftanlage weltweit stammt aus Nordrhein-Westfalen. Wenn es um energetische Gebäudesanierung geht, ist unsere chemische Industrie ganz weit vorne. Ja, es ist richtig und wichtig, die Chancen gilt es zu nutzen, die Risiken muss man im Blick behalten. Wir wollen unseren Beitrag leisten zu einem Masterplan. Der muss endlich auf den Weg gebracht werden. Ich mache mir zunehmend Sorgen, dass wir wertvolle Zeit verlieren. Der neue Minister Altmaier hat zwar Gott sei Dank einen verstärkten Blick auf die industriellen Arbeitsplätze in diesem Zusammenhang. Aber im Moment kann ich noch nicht erkennen, dass er einen konkreten Masterplan in absehbarer Zeit vorliegen wird. Wir brauchen ihn aber dringend, weil dieses Fehlen eines Masterplans, ein Fehlen für Investitionen, der Sicherheit von Investitionen in der Wirtschaft auch unseres Landes bedeutet. Wir müssen alle an einen Tisch holen. Es muss klar sein, wie das Szenario in der Zukunft aussieht. Und es muss klar sein, wer was wann tut. Das ist ein Masterplan. Und meine Sorge ist, dass Herr Altmaier im Moment die Aufgabe hat, uns alle ein bisschen nett zu betüddeln, damit Sie über die Bundestagswahl kommen. Das wäre fatal für den Standort Nordrhein-Westfalen. Und da werden wir weiterhin dagegen mobil machen. Applaus Und das heißt, darum zu kämpfen, Industriestandort zu bleiben. Darum zu kämpfen, dass unsere auch energieintensiven Unternehmen wettbewerbsfähig in Zukunft auch hier produzieren können. Denn wir wissen, manchmal habe ich den Eindruck, die Vertreterinnen und Vertreter von CDU, CSU und FDP haben das gar nicht auf dem Schirm. Wir wissen, das ist nicht Old Economy. Wir wissen, an den industriellen Arbeitsplätzen, da hängt der Dienstleistungsbereich, da hängt der Service und die Kreativwirtschaft in der Wertschöpfungskette hinten dran. Und deshalb steht die Sozialdemokratie bundesweit so deutlich zum Industriestandort Deutschland. Aber nicht nur ich mache mir Sorgen, nicht nur wir machen uns Sorgen. Die Chemieindustrie hat letzte Woche Alarm geschlagen. Sie schreibt einen Brandbrief an die Kanzlerin in Sorge um die Energieversorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche wegen der unkalkulierbaren Folge der Energiewende. Und schließlich, uns ist eins auch völlig klar, auch bei der Energiewende geht es um eine Gerechtigkeitsfrage. Wir wollen sicherstellen, dass Energie zu bezahlbaren Preisen für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die energieintensive Industrie auch in Zukunft zur Verfügung steht. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Genossinnen und Genossen, vor kurzem habe ich im Landtag die Regierungserklärung gehalten. Wir haben ein paar Konkretisierungen vorgenommen gegenüber dem guten Koalitionsvertrag, den wir ja hier auf dem Parteitag gemeinsam verabschiedet haben. Eins ist klar erkennbar für jeden und jede. Die politische Richtung bleibt gleich. Und wir wissen das, dass das nur gelingen kann, wenn wir mit einer guten Mannschaft am Start sind. Und deshalb danke ich heute, auch bei diesem Landesparteitag ganz ausdrücklich, der Partei mit den Gremien Präsidium und Landesvorstand, der Fraktion, die gemeinsam an dieser Richtung immer weiter und konzentriert arbeitet und auch den Mitgliedern in der Regierung. Einige von uns werden von ihren Ämtern heute zurücktreten. Ute, Mike und Bernd, dazu werde ich nachher noch einiges sagen. Wichtig ist, dass wir an den richtigen Stellen uns wieder gut verstärken. Das wird bei den Wahlen geschehen und einen Vorschlag habe ich ganz konkret selbst auf den Tisch gelegt. Ich schlage euch vor, dass André Stinker neuer Generalsekretär der NRW-SPD wird. Eine Zeitung hat in der Woche geschrieben, kein Lautsprecher, aber auch kein Leisetreter. Für mich war entscheidend, wir kennen uns gut aus der Landtagsfraktion. Du bist in wichtigen landespolitischen Themen zu Hause. Du hast bewiesen, dass du dich durchkämpfen kannst und dass du Steherqualitäten hast. Und so jemanden brauchen wir in dieser Position. Ich würde mich freuen, wenn ihr seine Wahl unterstützen würdet. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die politische Richtung bleibt. Unser dickstes Fund im Wahlkampf war, versprochen, gehalten. Und deshalb lasst mich zu einem Thema was sagen, was hier heute auch in den Anträgen eine Rolle spielen wird. Zum Thema Dichtigkeitsprüfung. Und lasst mich da noch ein bisschen mal einen Blick werfen auf die Historie. Wir haben ein Gesetz zur Dichtigkeitsprüfung von Kanälen. Dieses Gesetz haben CDU, FDP als Regierung damals verabschiedet. Wir wollen das ändern. Wir sind uns einig darüber, dass wir es rechtssicher ändern wollen. Und ich sage hier nochmal eindeutig, ich stehe zu dem, was ich auch im Wahlkampf gesagt habe. In Wasserschutzgebieten werden wir die Dichtigkeitsprüfung für private Kanäle aus Vorsorgegründen brauchen. Dafür muss es angemessene, bürgerfreundliche Fristen geben, Wasserschutzgebiete. Auch für die gewerbliche Nutzung kann dies notwendig sein. Darüber hinaus, bei privaten Haushalten, wollen wir bundesgesetzliche Vorgaben aber flexibel und ohne starre Überprüfungspflichten umsetzen. Das wird Linie dieser Landesregierung und dieser Fraktion im Landtag sein. Und alles, was da geschrieben wurde, es gäbe schon Vorschläge, da lag überhaupt noch nichts auf dem Tisch. Wir sind im Diskussionsprozess und ich sage euch, ich lege sehr viel Wert darauf, dass auch, was meine Aussagen gilt, versprochen gehalten. Der rote Faden meiner Rede, ihr habt es gemerkt, war der Begriff Gerechtigkeit. Und da sind wir bei unseren Grundwerten, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und obwohl wir im nächsten Jahr 150 Jahre alt werden als Sozialdemokratie, haben diese Grundwerte nichts an Aktualität verloren. Willy Brandt hat gesagt, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Das bedeutet auch, wir müssen immer und immer wieder neu für diese Grundwerte kämpfen. Erinnern wir uns, beim letzten ordentlichen Landesparteitag war die SPD noch in der Opposition. Wir haben dann in zwei Wahlkämpfen die Gerechtigkeitsfrage in den Mittelpunkt gerückt. Mit Erfolg. Die Sozialdemokratische Partei ist wieder die klare Nummer eins in diesem Land. Wir haben einen Politikwechsel eingeleitet und eine Politik gemacht, die den Menschen und nicht den Markt in den Mittelpunkt stellt. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft, das letzte Kita-Beitrag freigestellt, die Mitbestimmung wieder in die Position gerückt, wo sie hingehört und vieles andere mehr. Und wir sorgen dafür, dass unsere Kinder endlich alle Chancen bekommen. Das ist aus unserer Sicht eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage. Und dabei werden wir nicht müde, liebe Freundinnen und Freunde. Die Sozialdemokratie hat bei den Landtagswahlen im Mai einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Gemeinsam mit den Grünen haben wir einen guten Koalitionsvertrag ausgehandelt. Nordrhein-Westfalen ist auf einem guten Weg. Damit der noch besser wird und weil dieser Weg auch in Berlin beschritten werden kann, muss das Ziel für jeden von uns ab heute klar sein. Wir wollen erreichen, dass die Sozialdemokratie bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wird. Wir wollen Rot-Grün im Bund. Nordrhein-Westfalen ist das beste Beispiel, dass das gut gelingen kann. Und lieber Peer, natürlich ist dafür entscheidend, dass wir gute Alternativen auf der inhaltlichen Seite sind. Dass wir die klar auch positioniert haben. Aber entscheidend ist auch, wer diese Partei in diese Wahlauseinandersetzung führt. Und deshalb sage ich dir heute vom ganzen Herzen, wir freuen uns darüber, dass ein Nordrhein-Westfale der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Wir stehen alle hinter dir. Glück auf! Auf geht's! Danke euch!